also ein wunderschönen guten morgen aus hamburg 8 uhr 30 21 april 2022 live aus dem hamburger trading raum hier und wir haben den dax bei 14.400 direkt an der big number und was wir haben wir haben jetzt wieder eine kleinere trading range und das bedeutet wir gehen auf die 15 punkte wieder platzieren die big number 14.400 und das heißt wir passen das reale risiko an bei 0,09 09 und gehen auf einstieg und 0,05 bleibt so wir haben eine kurslücke ein gap da drin was wir aber jetzt machen wir werden auch hier wir sind jetzt direkt short bei den vola boxen auf 15 ist hier schon eingestellt sehr gut da ist auf 15 eingestellt und wir sind 14.386 erste trade wir sind short und wir sind raus und das bedeutet das war der vor mit der erste eröffnung straight 14.408 uhr 31 erst einmal big number wir treten das ganze dreimal auf diesem level ich verabschiede mich aber hier das war heute kurz und schmerzlos und wünsche euch noch gute trades wir machen im live trading raum weiter und wir hören uns dann haben morgen wieder nach dem traden ist vor dem traden ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren und natürlich uns zu leiten